Die Übung, die ich in die Luft gemacht habe, kann ich natürlich an der Holzpuppe machen, an der Holzpuppe leicht. Hat heute den Vorteil, dass ich mir besser vorstellen kann, was eigentlich passiert, was man macht, wie der Angriff aussieht. Ich zeige es jetzt erstmal von der Seite. V-Stoß, Packsau. Ich zeige es euch nachher mit der Wendung. Bewege mich Richtung Wand. Begleitende Vogssau, bewege mich Richtung Kamera. Tschansau, berühre diesen Arm, äußeren Arm, bewege mich Richtung Wand. Bonglapfak, ich nehme den Arm her, Kollision, gehe nochmal Richtung Wand, Bonglapfak. Dann die Elbung rein, Kollision, Kausau, bewege mich Richtung Kamera. Gansau, Gansau. Also ich stelle mir praktisch vor, dass der Angriffsarm, ich stelle mir jetzt wirklich einen Angriffsarm vor, und bewege mich dementsprechend, jetzt stelle ich das ein bisschen. V-Stoß, Packsau, Fuchsau, Chamsau, Bonglapfak, Kollision, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Packsau, Fuchsau, Chamsau, Bonglapfak, Ellbogen rein, Kausau, Gamsau, Gansau. Und das mache ich immer rechts und links, das ist halt eine einfache Übung von der Koordination her, weil ich einfach diese Gleichzeitigkeit noch nicht bräuchte, das heißt, es käme vor dieser Gleichzeitigkeit zu üben. V-Stoß, Packsau, Fuchsau, Chamsau, Bonglapfak, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Packsau, Fuchsau, Chamsau. Bonglapfak, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Packsau, Fuchsau, Chamsau. Bonglapfak, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. Vom Üben her ist eine Simmerserie nicht ganz so optimal, das ist fast schon zu laut, aber man hat ja Zeit zum Training. V-Stoß oder Handflächenstoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. Und wenn man es dazu sagt, hätte es den Vorteil, dass man sich mal die Namen merkt. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß, Paksau, Fuchsau, Chamsau, Bong-Dag-Fack, Kausau, Gamsau, Gansau. V-Stoß und so weiter. Also das könnt ihr dann ja selber üben. Ich denke, ich habe euch jetzt vier Minuten vorgemacht. Ich mache nochmal ein Video, wo ich es extra vielleicht fünf oder fünf Minuten mache, für euch zum Mitmachen.